hallo elektrofreunde in diesem video geht es um einen shop den ich euch auf keine weise empfehlen kann das video muss ich machen um auch die was neu da draußen sind ein bisschen sage ich auch mal davor zu warnen ich erzähle euch meinen fall wie es bei mir war und dann könnt ihr entscheiden oder was hier von dieser firma noch haltet ich werde den namen von der firma nur einmal sagen dann werde ich immer abkürzen und zwar geht es in dem video um computer universe und der fall war wie folgt ich habe da bestellt dann geht man her und schickt halt einfach mal sachen raus dann passten artikel nicht dann gibt man normalerweise ja eine e mail raus die wird schon mal innerhalb von einer woche überhaupt nicht beantwortet wenn sie mal beantwortet wird dann sind also acht und zehn oder mehr tagen vorbei dann habe ich geschrieben dass sie mir eine retourenmarke senden sollen dann habe ich das alles zurückgeschickt es waren vier positionen dann wird mir eine rückerstattung gemacht mit drei artikeln vier der artikel der wurde mir nicht erstattet es geht darum um 1041 euro dann probiert man natürlich alles mögliche warum das geld nicht erstattet wird man ruft an warte zeit sage ich mal zwischen einer stunde und noch länger ihr könnt auch euch zwölf stunden am telefon mit musik begnügen denn es nimmt keiner ab der für den kunde da ist ja leute sagt mal ganz ehrlich hat schon so viel verdient dass er ihren arsch mit goldenem klopapier abwischt oder wie da kümmert man sich nicht um die kunden die einkaufen ich rate euch echt von dieser firma ab dann zwischenzeitlich mal zum anwalt gegangen gefragt wie es da aussieht und man muss hergehen und egal wo ihr das meldet ob ihr das bei eurem online anbieter wo ihr bezahlt meldet oder ob ihr zum anwalt geht es ist immer ungefähr 14 tage die pflicht dinge zu geben um sich zu melden nicht mal bei paypal hat man die hosen an dass man sich darauf meldet und mit dem kunden eine vereinbarung zu treffen ihr habt ja den anspruch euer geld komplett wieder zurück zu bekommen ich hatte eine sendungsnummer ich hatte alles da ich habe damals auch alles der online plattform für bezahlmöglichkeiten zukommen lassen es wurde nicht darauf reagiert dann finde ich sehr sehr traurig dass so ein anbieter für online bezahlungen das geld vorausstrecken muss weil so eine plattform nicht in der lage ist das zu tun auf co ist nicht der kundekönig also ich würde mir ehrlich überlegen da einzukaufen ich mache es nicht mehr ich rate euch auch ab von dieser seite zu kaufen und wie man jetzt hier aussehen kann dann dann wird man hier mit trust shop bewertungen und möchte immer ganz groß sein obwohl ich da auch glaube dass mehr positive bewertungen halt einfach mal von angemeldeten mitarbeitern sind und einfach positiv bewertet wird damit der shop nach was aussieht und dort zählen wieder die negativen mehr als die positiven denn die sind nicht toll es ist zwar eine 0 800 nummer aber ihr könnt ja nicht da fünf tage lang warten bis die irgendwann mal einen der im hintergrund mit der kaffeetasse in der hand in den büros rum springt und erstmal brotzeit macht hergehen und warten bis zu einem malen höhere abnimmt das war ein kauf wo ich sagte nie wieder und der nächste punkt stellt doch deutsche mitarbeiter in das lager die das ganze verpacken und wissen was sie tun und nicht irgendwelche von irgendwoher und die bewerbung nicht richtig angeschaut und daher da kannst du mal im lager arbeiten und dann muss auch die ware richtig mit den ehr nummern zusammenpassen ich kann nicht artikel 1 mit der ehr nummer wo 5 hat im system eingeben weil nummer 1 hat zum beispiel rgb beleuchtung nummer 5 hat keine rgb beleuchtung und wenn natürlich da die nummern schon vertauscht sind ist es doch vorprogrammiert dass man den falschen artikel bekommt also das system unter aller kanone der kunde kann nicht immer warten bis irgendwann mal sich einer hinsetzt und mal die nachrichten liest da kann man fünf nachrichten schreiben es tut sich einfach mal gar nicht man will sich nicht mit euch in verbindung setzen da kann ich nur noch einen tipp geben geht zum anwalt und klagte firma ein geht wirklich zum obersten gericht klagt das ein geht auch zum verbraucherschutz klagt eure rechte ein manche händler müssen es so verstehen es kann nicht sein dass ihr als kunde immer der leidtragende seit wo da draußen dienstleistungen erwartet und nichts kriegt dafür so geht es mal nicht und so geht es nicht nur mir sondern wahrscheinlich da draußen tausenden anderen auch und bei manchen anderen würde ich auch sagen die gehen nicht her und bewerten das dann so wie es wirklich war dass wenn es negativ war dass man dann auch die bewertung abgibt weil manche halt sagen ja komm vergisst es nein geht her bewertet das wirklich im minus bereich wenn es grauenvoller service war die müssen das kapieren dass man mit uns nicht so umspringen kann es muss gesagt werden das von meiner seite überlegt es euch ich kaufe dort nie wieder ein denn der kunde ist immer könig ihr zahlt einen haufen geld dafür und wenn es auch über tausende von euro geht habt ihr anspruch darauf vergesst das nicht ihr habt anspruch auf euer geld wenn ihr die waren nicht bekommen habt oder ihr bekommt falsche ware schickt das komplett zurück macht auch fotos davon mit datum wenn es geht irgendwie auch eine uhrzeit mit einblenden oder das handy mit reinblenden in das foto dass ihr einen nachweis habt von bildern falls ihr tatsächlich vorgericht gehen müssen dass ihr nachweis hat macht fotos alles drum und dran weil ihr seid nicht schuld wenn bei co im lager irgendjemand die sachen von der retouren auspackt das teil irgendwo ins eck fliegt und der nur drei lagerbestände hat obwohl es vier waren wenn so bei denen gearbeitet wird dann gute nacht damit ihr bescheid wisst wo man noch einkaufen kann schaut euch die shops wirklich gut an euer elektro mike